hallo liebe zuschauer in dem heutigen video zeige ich euch wie man die segment funktion in abab verwenden kann diese funktion ist ganz nützlich wenn man teile von strings also segmente verwenden und auslesen will adressiert werden diese segmente über einen index und damit man das jetzt besser sehen kann verwende ich hier ein kleines beispiel ich deklariere hier mal zwei variablen lv fruits type string lv fruit type string dann erstelle ich hier einen string mit mehreren wörtern lv roots ist gleich also apple banana orange grapes cherry und ich will jetzt ein spezielles wort also ein segment von diesem string auslesen und das geht jetzt ganz einfach über die string funktion und zwar lv root ist gleich segment dann gebe ich hier einen value mit das ist der die variable von meinem string also lv roots und einen index und ich will jetzt das wort orange auslesen und das steht hier an dritter stelle also gebe ich hier den index 3 mit und am ende will ich das rausschreiben write lv root aktivieren wir das mal und wir führen das aus man sieht er schreibt mir das wort orange raus orange weil es hier an dritter stelle steht was passiert wenn ich hier einen index überlauf habe zum beispiel ich habe hier ich kann hier adressieren 1 2 3 4 5 und jetzt gebe ich hier mal den index 6 mit den gibt es natürlich nicht wir führen das aus und wir bekommen einen dump und die exception sehen wir hier und wir können diese exception aber dann auch mit einem try und catch block abfangen so kopieren wir sie dann rufen wir das programm noch einmal auf und jetzt suchen wir noch mal unser programm hier und dann bleiben wir hier den try catch block 3 und sollte hier ein fehler passieren catchen wir diese exception die wir gerade kopiert haben und wenn das passiert steigen wir aus dem programm aus und try jetzt sollten wir die exception abgefangen haben aktivieren das noch mal und führen das programm aus und wir bekommen keinen dump mehr weil die exception abgefangen wird wollen wir nun alle wörter ausgeben die in diesem string vorhanden sind können wir das in einem in einer do weil schleife machen ein do und enddo und statt dem index übergeben wir dann die systemvariable su index dann aktivieren wir den code und führen das ganze noch mal aus und wir sehen nun alle wörter werden ausgegeben in dieser segment funktion habe ich auch noch die möglichkeit einen separator mitzugeben beispielsweise wenn die wörter einen space beinhalten oder ein blank kann ich hier dann kann ich den space den comma als separator verwenden und ich muss hier dann nur diesen mitgeben also separator ist in meinem fall jetzt comma und dann sollte er nur drei strings ausgeben das aktivieren wir das und testen das gleich mal wir sehen hier er gibt dann wirklich die drei strings getrennt durch das comma aus in dem fall sogar mit einem blank okay ja die funktion ist ganz nützlich früher hätte man hier string tables verwenden müssen oder vorab eine interne tabelle befüllen und das spart man sich nun mit dieser segment funktion ja das war's auch schon vielen dank fürs zusehen wenn ihr mehr videos sehen wollt abonniert gerne meinen kanal hinterlasst mir auch kommentare ich lese diese immer sehr gern bis zum nächsten mal vielen dank und bis bald 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 Vielen Dank.